Der Barstelballer? Ja. Oh, 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 ich nehm Spatula. Oh, du hast Spatula bekommen? Ja. Oh, soll ich Skilled Sniper oder Brutalizer? Oh, Brutalizer. Safe, safe, safe. Was für das Early-Game geil, ne? Ja. Ist halt das sichere Play, ne? Skilled Sniper ist immer noch risky. Ja, weil ich bin ja ein geskillter Sniper, weißt du? Hm, ja, hast du auch wieder recht. Ja, da finde ich eigentlich dumm. Alright, Attacke. Oh, shit. Ja, ich geh zu den anderen. Da krieg ich nur ein Stack. Oh mein Gott. Ja, ist aber gut. Ist gut. Lass mal die reviven. Lass die mal reviven. Dann krieg ich noch ein bisschen mehr Geld. Will der? Ah, ich glaub, der will nicht. Ah, doch, wir müssen... Wir müssen auch noch reviven für Spatula. Das ist noch viel wichtiger. Oh, stimmt, ja. Ne, da müssen wir schauen. Das werdet hinkriegen. Das ist ganz geil, dass ich Spatula bekommen hab, dass ich Early-Runden gewinne. Ja, ja, ja. Das ist absolut korrekt. So. Ja, ich glaub, ich geh Early-Bisschen, ein bisschen Attack-Speed, aber geh dann into AP. So ist am besten. Ja, so alte Spatula ist das eh eh. Dann hab ich eh alles. Ja, ja. Free Candy. Okay, nice. Holen wir uns Free Candy. Nächste Runde kann man mitspielen, ja. Wir laden auf einmal ein. Yes, yes. Wir laden auf einmal ein. Yes, yes. Wir werden praktischen. Mhm. Halal Champion, aha. Sehr gut. Oh, der AFK-Bait. Ich kann an mir auch viel stacken, mir ist das scheißegal. Oh nein. Ich nehm Plenty, glaub ich, gleich rüber. Wobei, nehm ich noch nicht. Ich hab's ja genommen, aber ich komm jetzt wieder. Ja, ich hab Portal, ich hab Portal. Hab ein Tor geschossen. Oh, lass reviven, lass reviven, wenn's geht. Ja. Hab's dann Karte. Oh nein. Oh, sie ist so smart. Jo, warum macht die da alle drauf? Das ist crazy. Ja gut, war vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber... Aber dass man dann so wenig Ego hat und dass man dann sich einfach töten lässt, ist schon stark. Oh, scheiß, ey. Oh, ich hab Gambler's Blade. Oh nein. Doch, doch, auf Twisted Fate, auf Twisted Fate. Wir müssen Runden gewinnen. Ja, ja, ja. Glaub mir mal, glaub mir mal. Ich auto-take die zu Tode. Bam, bam. Guck dir das mal an. Zack, siehst du das? Junge, scheppern die auto-tags. Ich check. Ich hab das beste Item auf Js bekommen. Oh, Drackta, ja. Masai Waldemar. Das könnte jetzt räulig werden. Oh, ich muss weg. Ja, ich hab keinen Counter-Player auf der Map gegen den. Das, muss ich sagen, das triggert mich immer mal wieder, wenn, wenn, also, wenn man so auf schlechten Maps dann spielt und dann einfach, also, ich komm halt nicht weg vor dem, so. Ja. Da gibt's, da gibt's nichts, was ich machen kann. Ja, er macht aber auch so viel Damage. Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Ivan mit 200 Ability Ace of HW mit Rengar zusammen. Das ist ja mal ultra-räudig. Was zur Hölle? Ultra-geil. Ja, schauen wir gleich mal, wie geil das für uns wird. Ah, gucken. Wir müssen einfach einen one-shotten. Ja. Ja. One-shot. Ja. Kack. 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 Ich kaufe Lichbane. Gunblade, glaub ich, ist best. Ja. Wir müssen gleich gegen diese Wladimir-Scheiße, müssen wir einfach mal gucken, dass du den gestunnt kriegst, ohne dass der rankommt. Ja. Ja, wenn ich Rapid-Fire habe, geht das. Ja. Ja. Sonst kann der immer, immer queuen, wenn er es richtig macht, ne? Ah. Ja. Ja, die beiden, die beiden kriegen wir hin. Hoffe ich. Hoffe ich auch. Wurm, wurm. 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 aber ich habe giant slayer geordnet oder blade walls ja ich gehe giant slayer so gar nicht die anvil runde war weg die licht gut wir haben wir haben es bekommen aber war ja der greed ist immer immer das richtige play wenn man spatula hat muss man immer den anderen weil er aus der wand raus ist tragisch das war okay samana roulette und das ist ganz gefährlich was sie haben ich scheiße ganz gefährlich alter alter das ist gescheppert ja wir machen was ja das ist schon mal gut ok wollen wir reviven lassen oder nicht eigentlich schon das richtige play ich bin bei sieben gerade ja 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 wichtig mal so gute items hier die ich bekomme ich habe gegabert und das war ja nicht gut was ich gegabert habe und ja dadurch dass ich gegabert hab aber weiß nicht ob das so gut gegabert wurde die gambe hat heimatdinger johann zwei kills noch ein noch ein noch ok ach scheiße ich kriege nicht warum nicht weil ich bin rein geplasht und habe ein turret gestanden ich wollte es nicht sagen ich wollte es auch nicht sagen erst als wir dann gewonnen haben ja james mega das ist gut james ist mega das mit den endwelts haben wir geschafft ja aber war dann irgendwie leider gar nicht so gut für uns nicht für andere schon die das auch geschafft haben ich hasse das ja ich würde auch immer lieber spielen ja wie bei tft das wäre schmarrt gegen die doombots was weiß ich oh ja gegen doombots das wäre fun einfach so random gegen doombots spielen und man wird immer revived oder so die generation die kann ich weiß nicht drei sekunden warten ist ja wirklich so ich gucke mir das an der kribbelt jetzt schon ich will ich muss schon ein paar instagram reeds mir das angucken nebenbei ja die verkauf gleich alles gut das ist aber auch im battle da wirklich aber item hast du 90 na das wäre schon wäre schon schmacko fatz ok jetzt habe ich jetzt bin ich equipped also an media und die familie macht 2k damage ok oder deswegen kollektor so viel gemacht ja das kann ja noch kein rapid fire ich nehme oben nochmal ja lass mal hier ich habe wohl schon leule aber ich habe damit was gedacht ich wollte nochmal aktivieren damit wir den trundle im busch sehen aber ich hatte meine schon aktiviert weißt du dann war das problem ich gehe mit feier die erste festschrechte hat ja auch ein bisschen sind wild ja ich dachte so weißt du auch mal was machen aber die kann so ein bisschen aus dem nichts ja no cruelty oder detonation orb ja detonation orb ist obwohl wir auch helfen besser ich glaube auch ich habe letztes mal ein brand der das hat das war richtig scheiße echt ja weil er hat die ganze zeit die das brennen ja die geht nie hoch die bombe ich habe wieder so stehen da im busch das ist eine gute frage ich habe es dann gerade danach was ist so ein w-autotag bei mir macht echt 800 damage schmeckt das ist stark aber ich habe gute augments bekommen und du mit der sparte lauf ja 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 aber vladimir je ich glaube dass gegen die beiden wird es halt also weiß ich nicht aber die sind beide schon wirklich extrem gut gegen mich können wir vielleicht hinkriegen wo auch noch mal ein 14 schmeckt ich habe ich glaube ich habe eine kombo ja ich renne einfach erst mal rauf dann war sie da jetzt aber ein range oh mein gott ab wieder ab wieder junge 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 ich kann mich da ein bisschen ein weil alter okay ja mit rapid fire kann man es auf jeden fall spielen ja das ist schon geil ist dann karte in 2 deine kombo das knallt ordentlich das knallt wirklich und gleichzeitig halt können wir auch tanks down kriegen so das schon stabil auf jeden fall ja der yi wurde gerade aus dem leben geböllert einfach der wurde richtig gelöscht der wurde der wurde lietet ja doch das sind sein das sind sein ist einfach ich glaube ich verkaufe aber boots gleich noch ich bin schon wieder nicht was soll ich scheiße erst mal tik tok scrollen ich glaube johne heimerding haben doch keine schnitte gegen die oder solltet eigentlich nicht oh der pike oh 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 ja doch weil da mach ich halt auf dem heimerding eingeht ja in feinigem ist der q first gegangen ja ja das kann er gegen uns machen aber nicht gegen die und damn okay krass ja gegen die gewinnen wir doch hier oder ja sollte ich kann noch ein big brain holen ja hole ich mir noch ein bisschen schild ich glaube ich mache es so und magic kann let's go riff jockel grüße so wahrscheinlich deine erste gold card ausbeten mit ja 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 ich werfe einfach ich werfe immer gold card zum gucken ob ich da irgendwas irgendwas hätte ich habe ja mein kombo auf dieses gestatte tag dem ist schade 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 schokolade ja das ist also das knallt du das knallt da knallt wirklich so last round für die auf jeden fall wenn wir jetzt hier gewinnen ich habe durch die passive jetzt schon 1800 gold bekommen das ist so krass und das ist jetzt noch nicht mal so viel gewesen wir hatten noch kein tank in der runde immer hier oben lang ja das ist ein ding für uns auf jeden fall das ist ein ding für uns aber das wird der rewan halt aufspielen ne ja und der sein tf wird schon noch ein tick besser sein als mein tf würde ich sagen